Da wäre er endlich. Hey, du hast es endlich geschafft. Ich habe dich erwartet. Also dieser Mann ist jetzt der Mystery-Phantom. Ich habe gedacht, er wird endlich aufhören. Du hast sicher schon lange gedreht, hier zu kommen. Vielleicht sollte er nicht viel von dir erwarten. Ist das... eine Solution-Blade? Huh? Warum hat er eine Solution-Blade? Wir werden sehen, welcher von uns zu verletzt wird. Lass uns unsere Solution-Blade mitbekommen, um die Antwort zu finden. Sag mir nicht. Du wusstest nicht, dass du auf die Wahrheit gekommen bist, oder? Nee, dafür war es ein bisschen zu kurz. Du hast gesagt, dass du all die Wahrheit entspannen würdest. Ist das wirklich das Beste, was du tun kannst? Na ja, vielleicht bist du nicht so kaputt, wie ich dachte. Wie hast du das Solution-Blade bekommen? Oh ja. Du solltest mehr interessiert sein. Nach allem. Du verstehst nichts über mich. Da hat er nicht so ganz Unrecht. Weil ich... ... bin Kanai Ward's ultimative Geheimnis. Ich wundere, ob er überhaupt Snap-Judgungen machen kann. Kampf gegen mysteriöses Phantom Makoto. Dieser Typ lässt nicht locker was. Du weißt noch, wie man mit so einer Situation umgeht, oder? Wenn die Antwort nicht richtig ist, warte einfach ab. Und mache dich bereit für den nächsten Angriff. Oh, und nicht dieser Schei schon wieder. Du? Du bist das ultimative Geheimnis? Erst... Wann kam ich in Kanai Ward? Äh... Und warum? Kannst du das antworten? Ja, vor drei Jahren dann, oder? Oder? Was vor drei Jahren? Ja, okay. Was geschah im Kanai Bezirk, als Makoto ankam? Tich... Moment! Ja, das kann es ja nicht sein. Moment! Gib mir doch Zeit, um nachzudenken! Hallo? Ja, muss ja dann das zweite sein. Oder? Das Geheimnis der weißen Woche. Ah ja, es wurde ja gesagt, er taucht dann auf, oder? So, weg damit. Ey, du kannst doch gar nicht so schnell nachdenken hier. Oh, was jetzt? Ne neue... Ne blaue Maske. Das sieht so mega ungewohnt aus, hey. Um diesen Fall zu lösen? Resolve that case? Ich wusste, dass sie Kontrolle haben würden, wenn die Sonne geblasht wurde. Also, ich habe den Reinklaude-Generator gegründet, um die Kanai Bezirk und Reine zu lösen. Es ist mehr so, wie du sie inbauen hast! Naja... Aber... Ganz ehrlich, ohne diesen Regen-Wolken-Generator, ne? Hätten die einfach... Wären die einfach dem Sonnenlicht ausgesetzt worden und dann, naja... Ich hatte alles in meinem Haus, um die Tragedie zu lösen, die hier stattfindet. Aber... Es war kein Weg für mich, um die ganze Stadt zu lösen. Wann hast du das gemacht? Warum machst du so etwas? Willst du es wissen? Ich habe es natürlich gemacht, um den Kanai Bezirkungen zu beschützen. Weil ich liebe diese Stadt. Ich mache nichts dafür. Aber du kennst es schon. Du kennst es schon. Der Zug von damals! Ist auch hier! Was hat Makoto getan, um den Kanai Bezirk zu beschützen? Äh... Die Isolation, oder? Du isolatest alles der Kanai-Wars! Du kennst das, sie zu beschützen? Du hast sie verraten! Ohne ich. Kanai Bezirkungen aus der Maske. Die UG-Plan, um den Konai zu beschützen, um das verletzten Homunculus-Experiment zu beschützen. Aber dank meiner Negotiation, haben sie die Vorteile der Isolation gesehen. Wir würden die defekte Homunculi schützen, und sie würden nicht einen Cent verdienen. Außerdem... Es wäre eine schreckliche Sache, wenn die UG's inhumane Forschung öffentlich gemacht wäre. Und durch diese Negotiation... Du bist der CEO der Amaterasu-Korporation. Dein Ziel war es, um den Kanai Bezirkungen zu schützen, nicht wahr? Du verstehst mich noch immer noch nicht. Versuch es sich zu erinnern. Hey, Master! Es ist etwas weirrt über dieses Mystery-Phantom. Warum können wir ihn mit ihm sprechen? Niemand von den anderen so handelt. Das ist eine gute Frage, ne? Ist das vielleicht kein Phantom? Ich meine, er hat ja auch so eine Klinge, ne? Ich versuche es zu erinnern. Was habe ich, nachdem ich CEO der Amaterasu-Korporation wurde? Was hat Makoto als CEO getan? Der ist auf so einem Armabfall. Die Karnai Tower gebaut, die... Ih, das hier! Oh, Alter! Also, ne Sekunde mehr wäre schon ganz gut! Aber hat noch geklappt. Du musst es halt auch erst mal durchlesen! Du hast die Homunculus-Ressourcen geschlossen. Ich wollte keine zusätzliche defekte Homunculi schaffen. So habe ich die Forschung endet und die Test-Site ausgeschlossen. Dr. Weska und Yomi objekteten, aber als CEO konnte ich ihre Begriffe verletzen. Der hat echt viele davon, hey! Das ist, wie ich den Karnai Ward neu neu gebaut habe. Es ist eine Stadt für Homunculi, die nicht mehr zu gehen haben. Und wenn er daran eine weitere Möglichkeit gegeben hat, zu leben, dann hat er ja eigentlich nichts falsch gemacht, sondern er versucht, nur die Fehler zu beheben, die... die damaligen Forscher hier gemacht haben. Du hast es gemacht, um die Menschen in der Stadt zu beschützen? Das ist richtig. Ich habe es alles aus der Liebe, die ich für dieses Ort habe. Das ist die unvergültige Wahrheit. Vielleicht lügt er dann nichtmals. Ich habe nie meinen Liebe für Karnai Ward von dir in jedem Moment geholfen. Und zwar, seien du noch nie ziemlich überzeugt davon. Was er sagt, macht Sinn. Er ist nicht lieb. Die Experimente haben die Gefühle, also hat er den Karnai Ward transformiert, um sie zu beschützen. Aber wenn das wahr ist... Welcher Karnai ist er schuldig? Warum habe ich mein Karnai gegen ihn gedreht? Hey, Master! Lass dich nicht diesen mysteriösen Phantoms dich schocken! Versuch mal, warum er das in den ersten Platz angefangen hat. Er ist ein Phantoms! Er versucht nur, dich zu verhindern, die Wahrheit zu beschützen. Ja, du bist richtig. Er ist kein Heiliger. Er ist ein Diktator, der will alles tun, was er will. Es muss jetzt das letzte auf jeden Fall sein. Also das ist auf jeden Fall nicht. Das zweite habe ich mir überlegt, ob es das vielleicht sein könnte. Aber das ist ja kein Verbrechen an sich, ne? Deswegen muss es das hier sein. Oh, die Maske ist ab! Vielleicht können wir nicht die Wahrheit sehen. Vielleicht können wir nicht die Wahrheit sehen. Du bist der Mastermind hinter dem globalen Verabschiedsfall, den die WDO beobachtet hat. Die Menschen wurden über die Welt abgeteilt und wurden in deiner Fabrik für Homunculi geblieben. Ich hatte keine Wahl. Sie müssen essen, um zu überleben. Aber ganz ehrlich, wenn sie ja essen müssen, um zu überleben, und zwar Menschenfleisch essen müssen, um zu überleben, dann kann man es eigentlich nicht wirklich rechtfertigen, diese Stadt hier weiter am Leben zu halten. Das kannst du ja eigentlich nicht mit gutem Gewissen machen. Auch wenn du nicht willst, dass die Leute hier sterben, ja, keine Frage, aber das, das geht doch dann nicht. Oh! 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 Das Förderung derjenigen verwendet wurde mit der vollen Kooperation der Weltkriegorganisation. Die WDO? Ich hätte nicht gefragt, ob ich eine bessere Information für die Ingedienste habe. Du arbeitest mit der Weltdetektiv-Organisation? Eigentlich ist es besser, zu sagen, dass ich sie von ihnen verabschiedet habe. Lieber! Die WDO lassen sich nicht von dir benutzen! Du hast nur ihren Namen verabschiedet, um Kriminelle zu holen. In Wahrheit hat die WDO uns selbst mit den globalen Verabschiedsbehandlungen geschehen. Wenn du sie ihre Angelegenheit gewesen wärst, würden sie diese Direktiv nicht gefordert haben. Und wir hätten niemals in Kanai Ward gekommen, um dich so zu kümmern. Du denkst trotzdem, dass du mich verabschiedet hast? Haha, du bist wirklich kluglos. Die Weise, wie ich es sehe. Du hast alle in Kanai Ward gesammelt, um andere Gründe. Sehr gut. Geh auf und benutze das einfache Gehirn, um meine Schäden zu verabschieden! Um die Meisterdetektive auszulöschen? Um Yomi zu verdrängen? Um ungelösten Geheim... Ja, das kann's ja nicht sein, oder? Um Yomi zu verdrängen vielleicht? Oder? Also das Erste wird's ja wohl nicht sein. Du bist wirklich kluglos. Die Weise, wie ich es sehe... Du hast alle in Kanai Ward gesammelt. Kann man das skippen? Naja, so ein bisschen. Also ich denke, es wird das Zweite sein. Aber im Ersten bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das vielleicht nicht auch sein könnte. Aber kann ja nicht sein. Oder? Nee. Mach mal das Zweite erst mal. Das hier? Ja doch, oder? Sieht gut aus, glaub ich. Sieht nicht. Sieht uns 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 in den Kanai Warden und anderen Gründen. Sieht uns in Kanai Warden. Sieht uns nicht. Wenn alles er getan hat, war es die Krieggeber, um seine Kraft umzusetzen. Das wäre gut. Aber von allen Dingen. Er arbeitete mit Dr. Weska. Er versucht, die Homunculus-Informationen zu lösen. Ah ja, stimmt. Wenn das passiert, wäre das Unified-Government nicht so schlafen. Kanai Warden-Sekreter würden zum Weltkrieg geflogen werden. Zudem. Ich konnte ihn selbst nicht selbst expeln. Die Krieggeber haben in dieser Stadt zu stark geflogen. Sieht uns gegen die Krieggeber. Und du hast, was du wolltest, indem Yomi eliminieren. Also was sind wir hier? Er war alles Teil des Klanes Maskei? Alles war von Anfang an sein Plan? Alles war von Anfang an sein Plan. Denn du würdest dein Ziel ändern. Sie versucht uns zu eliminieren? Und jetzt, dass wir unsere Wunschwürdigkeit haben? Was? Was ist mit den anderen Master-Detektiven passiert? Warst du derjenige, der die WDO-Handlung von WDO-Handlung bombte? Was zum Teufel? So langsam wird's hier wirklich verrückt. Sie wussten zu viel. Ich fühle mich über das, was getan hat. Aber die WDO war in der Stadt. Die WDO-Handlung? Ich hatte keine Wahl. Diese Stadt muss ein secret sein, um zu überleben. Aber würde nicht irgendjemand nachforschen, wer dort diesen Terroranschlag, äh, gemacht hat? Würden die nicht irgendwie darauf kommen, dass es hier irgendwie vielleicht er war? Die Detektiven haben, die überall woanders war, war eine Nussensie. Das ist weshalb ich sie verschwinden konnte. Du wirst dafür bezahlen. Aber ist das nicht mega komisch irgendwie, dass Number One so einfach umgebracht wurde? Weil wohl nicht gesagt, dass es ein Geheimnis ist, wo der sich überhaupt auffällt? Und Makoto wusste das einfach so? Oder? Ja. Das war die WDO-Handlung. Da war ein Geheimnis, was vielleicht auch gar nicht sinnvoller. Aber ich versuche, dass du das nicht vergleichst. Du bist ein Geheimnis und ungerlich! Du hast die WDO-Handlung-Handlung benutzt, wie die Tiere! Du hast sogar gemacht meine Freunde! Für alle die Verpflichtungen, die du mitgebracht hast, ich werde dir hier aufbauen. Ich habe nicht erwartet, dass du so sehr verdient von dir bist. Sag mir, glaubst du wirklich, dass du das tun kannst? Du bist nichts, aber ein feines Schell von einem Mann. Nimm mir das nicht! Ich werde... Meister, lass ihn nicht dich aufhören. Es ist ein Schraub. Es ist etwas über diesen mysterischen Phantom. Er scheint nicht normal zu sein. Was bedeutet das? Du bist eine der in die 가자. Eher hat mich, dass du sie mit dir nachdenken. Na, du hast dich in die Runde.